Dann geht die Sonne unter. Und weg ist die Schaufel. Nehmen wir mal eine Hütte rein. Und kann ich schon? Jao, jao. Ich bin erstmal gepennt. Und da sind wir wieder. Zombie. Warum brennt er nicht? Ah, jetzt geht doch. Meine Schaufel. Ne, warte, ich mach mal lieber zu. Weil wenn der hier reinläuft, dann brennt der nämlich nicht mehr, sondern ist aus. Und das ist ja blöd. Äh, ein Diamanten. Zwei Sticks, die hab ich in der Tasche. Und da brauch ich noch, genau. Das mach ich aber aus, Moment, Eisen, weil ich auch nicht mit hab. Und dann, wo ist es? Hallo? Da. Ne Iron-Höhe. Ähm. Ja toll, jetzt sind die ganzen Taschen voll. Food. Mushrooms. Mushrooms. Komm hier mal rein. So. Flower. Und der Sand, der kann auch schon mal hier rein. Zack. Und wieder hoch. Boah. Das flog doch. Ich muss nur gleich noch ein bisschen Erde finden. Oder holen, besser gesagt. Dirt. Mann, das gibt aber eine große Fläche. Das kommt auch noch hier weg. Hier mach ich so ein paar Treppenschufen mit so Halbsteinen. Und die letzten fünf Steine. Was ist da denn? Oh, da ist Cave. Da ist Cave inside. Und dann gibt es hier keine Baumaschinen. So einen schönen Bagger oder sowas. Oh, zu tief. Nein, hör doch auf. Äh, ja. Das ist gleich fertig. Und dann geht's an die Erde. Es dreht sich. Na, das dauert aber wenn. Ja, es geht. So, den schönen Sand da drunter gemacht. Hier noch Sand hin. Sandstein weg. Jetzt kommt die Erde hier in der Ecke noch. Ich mach die erstmal bis dahin. Moment, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und hier nochmal fünf. So. Ich glaube nicht, dass der Dirt reicht. Schätze ich mal zumindest. Na, hallo. Jetzt. Ja, das klappt ja wieder hier mit dem Bauen. So. Na, nein. Das ist so viel, man. Fail. Zack. Aber wo baue ich denn dann gleich mal die, ähm, Farm hin? Wird fast schon sagen, hinten raus. Also erstmal die Kacke hier zu. So. Und jetzt vor ihr Erde. Mal, komm mal her, hier. Guck die ganze Zeit die Wand an. Und sitz. Ist ja voll langweilig für den, der glotzt die ganze Zeit die Wand an. Ich weiß ja nicht, vielleicht war er böse. In die Benimm-Dich-Ecke. Ja, da guckste. Ich werde hier gleich eh wieder was wegmachen, weil hier noch der Gravel hin muss für den Weg. Das klappt ja immer hier, ey. Und sobald ich dann diese Bücher bauen kann, also Papier habe, baue ich mir mal ein paar Bücher. Und dann baue ich mir ein paar Bücherregale. Habe ich auch noch nie gemacht. Und dann dekoriere ich mal schön mein Haus. Ah ja, und das Mod Better Glass. Better Glass. Also besseres Glas. Hatte ich mal ausprobiert, aber das funktioniert, glaube ich, mit der Version noch nicht. Das ist dann, wenn man dann eine große Scheibe hat, verschwinden diese Mittelteile. Also hat man dann nur noch ein großes Glas. Und das fand ich auch sehr geil. Irgendeiner hat mir auch eine Welt geschickt. Ich blödmann, hab die Nachricht dann nur gelöscht und dann war der Link auch weg. Und ich mache ja bald Let's Show Your World. Und dann soll er da einfach nochmal schicken. Fertig. Jetzt muss er nur noch bewachsen. Und jetzt gucke ich mal eben hier oben. Ach genau, hier muss noch ein Stein hin. Jetzt habe ich keinen Stein in der Tasche. Das stört mich schon die ganze Zeit. Aber ich habe ein Holz. Reicht nicht. Oh, wollte schon sagen. Aber war nur ein Schaf. Ich muss mir gerade mal so einen kleinen Überblick hier verschaffen. Ich würde fast sagen, dass ich das hier hin baue. So. Kombiniert vielleicht mit meinem Turm. Vielleicht aber auch nicht. Und hier muss erstmal alles auf eine Ebene gemacht werden. Bisschen schönen Dreck. Nein, hör auf. Zack. Boah, das haut heute nicht hin mit den Zielsetzungen für die Steine. Und braune Schaf. Komm her. Kackbraun. So, weiß. Haha. So, und dieses Zeug, da muss ja... Da habe ich glaube ich hier so ein Gewächshaus hin. Kommt aber dieses Kack-Ding hier erstmal weg. Und ein bisschen Abstand hier. Damit, wenn ich hier mal irgendwas beleuchtet habe, nicht direkt die Mobs von da oben so runterspringen. So, manchmal bis hier hin. Oh nein, es wird dunkel. Das ist ja scheiße. So, hier noch was hin. Und wo haben wir was? Da haben wir was. Ich mache erstmal alles weg, weil hier fallen ja auch irgendwann so Samen raus. Sollte es zumindest. Na ja, da kommen ja keine Samen mehr raus. Das war scheiße. Anscheinend nicht. Nö, nix drin. So, den Hund da wieder geparkt. Jetzt müssen ja da eigentlich wieder ein paar Monster auftauchen. Oh. Ja, da kommt schon das erste. Ah, da hinten zwei Creeper, zwei Skelette und vorne sind zwei Zombies. Da hinten hüpfen noch ein paar Kühe rum. Oh, der hört sich mal nah an. Hier möchte ich auch mal ein paar Fackeln hin. Passt perfekt. Und, der Spinne wäre gespawnt. Ne, noch nicht. Noch nicht. Aber kann ja noch bald kommen. Bereit schon mal ein bisschen Holz vor. Ich glaube, hier habe ich doch noch echtes... Echtes Wood. Was zu Wooden Planks wird. Oh, Inventar ist gleich voll. Inventar ist voll. So. Genau. Red davon, dass Inventar voll ist. Und was mache ich? Ich laufe erst mal hin zum Looten. Äh, zum Aufnehmen von dem Zeug. Passt. Und wenn Sandruhe... Dirt. Und Wood. Na egal, ich mache ja mal einen Cut. Oh, jetzt die Tür auf. Ja, okay. So, muss ich nächstes Mal gucken, dass ich eventuell die Farm hinten weiterbaue. den Turm endlich mal weitermache. Und zu Ende vielleicht. Ja, und weiter geht's mit dem nächsten Part. Tschö. Bis zum nächsten Mal.